I want it all. 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 Öl TV I want it. I want it all. Alles richtig gemacht. Sie sind bei uns gelandet in der großen Top 10 Show. Und diesmal mit einem Thema, das wird jedes Herz höher schlagen lassen. Nämlich mit dem Thema Technik. Und nicht irgendwelche Technik, sondern Highlights aus dem Jahr 2020. Und vor allen Dingen Neuheiten und Bestseller. Und das hier gepaart in der Top 10 Show. Ich kann Ihnen nur sagen, jetzt Telefonhörer zur Seite legen. Es lohnt sich, wie auch bei unserem ersten Platz. Denn das hat gleich drei wundervolle Funktionen in einem. Hier ist Platz Nummer 10. Und das ist eben das Schöne. Bei Pearl-Produkten, da denkt man immer, okay, es ist eine Taschenlampe. Aber es ist so viel mehr. Und das kommt jetzt wie gerufen. Das kommt wie gerufen. Und vor allem genau zur richtigen Zeit. Denn das ist unser 3 in 1 Mini-Ventilator mit gleichzeitig Powerbank. Also perfekt für den nächsten Urlaub einfach mal ausgestattet sein. Weil gerade am Strand möchte ich natürlich einen schönen Windhauch, falls mal kein Wind da ist. Und ich möchte natürlich auch Akku für meine Geräte. Und das haben Sie hier in unserem kleinen Mini-Ventilator mit 2000 mAh. haben Sie hier die Möglichkeit, natürlich auch mal zwischendrin schnell mal wieder die Geräte aufzuladen. Wir haben einen Ventilator mit zwei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Einmal so ein bisschen langsamer und dann aber natürlich auch noch mal deutlich schneller und auch wirklich effektiver. Und vor allem, was ich ganz besonders finde, man hat auch hier noch mal an alles gedacht. Denn es ist sogar eine helle LED-Beleuchtung mit dabei. Und die mache ich Ihnen auch einmal, dass Sie die nämlich auch gleich sehen. Einmal hier zusammengeklappt, übrigens super flexibel. Sie sehen es hier, einfach klein und kompakt. Fällt nicht auf in Ihrer Handtasche. Und jetzt drücken Sie einfach nur lange einmal die Taste. Und dann sehen Sie schon, haben wir so eine richtig helle LED-Beleuchtung. Um mal schnell zu schauen, wo ist der Schlüssel in der Handtasche vielleicht hingekommen. 50 Lumen, also das muss man sich mal vorstellen. Also so eine richtig schöne Helligkeit. Und Sie können es aber dann eben auch ganz schnell wieder zum Ventilator umwandeln. Und das so, wie Sie es eben bei Diana gesehen haben. Entweder als Handventilator oder eben auch ganz einfach mal dann als wunderbaren Standventilator. Denn das geht natürlich auch einfach zu bedienen, ohne jegliche Problematik. Können Sie nämlich jetzt hier ganz einfach sich kurz einmal hinstellen. Sie sehen es übrigens, sollte man hier mal mit dem Finger mal kurz dazwischen kommen, passiert das nicht. Das sind nämlich so Silikonflüge. Das ist natürlich auch noch mal ganz wichtig. Und Sie haben hier diese 3 in 1 Funktionen. Ventilator, Powerbank plus gleichzeitig eine helle LED-Taschenlampe. Für den Sommer ein absolutes Must-Have. Und sollte auch bei Ihnen nicht im Urlaubskoffer fehlen. Das ist jetzt schon auf Platz Nummer 10 gelandet. Das heißt, wenn Sie das zu Hause haben oder in der Handtasche oder unterwegs, dann kann nichts mehr schief gehen. Weil, wie auch, Sie sind ja bestens ausgestattet. Zu heiß, Sie haben den Ventilator. Zu dunkel, Sie haben die Taschenlampe. Akku leer, Sie haben die Powerbank. Das ist ein absoluter Gewinn. Sie sind für jeden Fall gerüstet. Und das für 12,23 Euro. Kann ich voll verstehen, dass das Ihr Lieblingsplatz Nummer 10 ist. Und den gibt es für kleines Geld mit der Bestellnummer NX64, 74 und der 569. Das gehört einfach natürlich auch in jedes Reise-Gepäck. Handgepäck, Jackentasche immer und überall dabei. Und immer und überall dabei ist auch unser nächster Platz, weil der ist so winzig. Und auch der ist Gold wert. Man kann nämlich damit unterwegs fantastische Musik hören. Und das in bester Qualität. Und das nicht für teuer Geld, sondern, ich verrate es Ihnen noch nicht, hier ist Platz Nummer 9. Ich will ja Ihnen schon alles vorher verraten, ne? Unser Platz Nummer 9 ist heiß begehrt. Da gab es teilweise Geschäfte von einem ganz bestimmten Hersteller. Da standen die Leute teilweise drei, vier Stunden an, nur um so ein In-Ear-Stereo-Headset zu bekommen. Die sind aber auch toll, oder? Die sind richtig toll und vor allem perfekt jetzt für die Urlaubssaison. Weil ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber Ihre Lieblingsserien oder Lieblingsfilme schaut man natürlich auch sehr, sehr gerne auch am Strand. Ja, nun sollen ja aber nicht alle anderen Strandgäste gestürzt sein. Dann können Sie jetzt einfach hier unser In-Ear-Stereo-Headset mit Bluetooth-5-Technologie einfach mal verwenden. Das Ganze bedeutet Musik in bester Qualität. Telefonieren Sie völlig kabellos, denn das geht natürlich auch mit unserem In-Ear-Stereo-Headset. Denn Sie haben hier mit dieser Bluetooth-Technologie eine Reichweite von bis zu 15 Meter. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Übrigens, unsere Kopfhörer haben eine Akkukapazität von 5,5 Stunden. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ist es aber, denn Sie haben ja so ein kleines Aufbewahrungs-Edvie. Edvie ist ein bisschen untertrieben, denn das ist gleichzeitig Ihre Powerbank. Das heißt, hier laden Sie einfach dann Ihre Kopfhörer auf und in diesen Auflade-Edvie haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei zusätzliche Aufladungen einfach mal mitzunutzen. Und das Ganze ganz effektiv. Sie sehen es, klein und handlich ist es und vor allem, es fällt letztendlich eben auch nicht auf. Ich nehme einmal meinen Kopfhörer raus, setze ihn mir hier einfach nur ins Ohr. Übrigens ein sehr, sehr schöner hoher Tragekomfort. Man hat auch drei verschiedene Aufsetzer. Das heißt, immer für jedes Ohr natürlich das Passende mit dabei. Das Schöne ist, wenn Sie diese Kopfhörer haben und Sie einmal mit Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät verbunden haben, sind die automatisch gekoppelt. Das heißt, wenn Sie sie aus dem Lade-Edvie wieder herausnehmen und eben auch gleichzeitig Aufbewahrungs-Edvie, können Sie sofort wieder mit Ihren Geräten diese Kopfhörer nutzen. Plus natürlich zusätzlich auch kabellos telefonieren. Denn wir haben in diesem In-Ear-Headset einen One-Touch-Button eingebaut. Der ist direkt hier oben auf diesem weißen Feld. Da drücken Sie einfach einmal drauf und sofort aktivieren Sie entweder Ihren Sprachassistenten von Ihrem Smartphone oder Sie nehmen zum Beispiel Anrufe an, legen wieder auf, können die Musikwiedergabe starten. Und das Ganze hier für einen unglaublich kleinen Preis. Ich persönlich bin großer, großer Fan von dem In-Ear-Stereo-Headset. Das kann man auch nicht nur im Urlaub gebrauchen, sondern wenn Sie auch viel mit dem Zug fahren oder wenn Sie vielleicht auch viel mit dem Flugzeug unterwegs sind, dann haben Sie die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch dort perfekt mit einzusetzen. Also ich bin auch ein ganz großer Fan davon. Christoph kann das bestätigen. Erst heute Morgen beim Joggen hast du mich noch darauf angesprochen. Was hast du für coole In-Ear-Headsets? Ich war joggen und Christoph hat mich darauf angesprochen. Der Klang ist fantastisch, der Tragekomfort ist fantastisch. Also das muss man einfach mal erlebt haben. Ein In-Ear-Stereo-Headset mit Lade-Etui. Immer geschützt, immer geladen und das für 28,10 Euro. Und das für dies, also das ist wirklich Wahnsinn. 28 Euro, ein Wahnsinnsklang. Ist übrigens auch mal ein schönes Geschenk für die Kinder, für die Enkelkinder. Also weil sowas sieht man ja auch momentan überall. Das will jeder haben. Aber wie gesagt, die kosten dann nicht 28 Euro, sondern 280 Euro. Da hat man einfach mal die Kommastelle verrückt. So und verrückt ist auch die Welt da draußen. Da gibt es immer mehr Drängler und Rowdies. Und deswegen brauchen sie eins unbedingt, nämlich Platz Nummer 8. Ja, es ist wirklich verrückt. Immer mehr liest man auch davon, dass Autos beschädigt wurden sind oder so Parkrempler. Und ich ärgere mich da jedes Mal, weil gerade so Schäden am Auto sind ja unfassbar teuer. Nur wie willst du es nachweisen? Ja, ab sofort können sie es nachweisen und nicht mit irgendeiner Dashcam, sondern mit der vermutlich besten Dashcam, die ich hier bisher präsentieren durfte. Denn wir haben hier eine Dual-Dashcam in QHD-Auflösung. QHD bedeutet Quattro-HD, also das vierfache HD und das in gestochen scharfer Bildqualität. Hier sehen Sie schon den größten Vorteil, den Sie haben. Keine normalen Saugpads mehr, sondern diese klassischen Klebemontage, die man auch so ein bisschen aus der Industrie kennt. Das heißt, deutlich kleiner und kompakt fällt also so gesagt nicht auf. Einmal angestöpselt, sofort können Sie hier loslegen. Und dann haben Sie hier Ihre Aufnahmen in 360 Grad. Das bedeutet, diese 360 Grad Dashcam für vor, sowohl aber auch im Auto. Wir haben diese extra hohe QHD-Auflösung. Zusätzlich zwei Ultra-Weitwinkelobjektive für diese Rundumsicht. Wir haben eine Infrarot-Nachtsichtfunktion. Und das, was Sie hier gerade sehen, sind Live-Aufnahmen, die Diana hier mit dieser Kamera einfach mal gemacht hat. Und beziehungsweise können wir das natürlich auch hier sehr, sehr perfekt mit sehen. Wir haben einen GPS-Empfänger mit verarbeitet, zum Erfassen von Standortkoordinaten oder sogar auch der Geschwindigkeit. Wir haben einen G-Sensor verarbeitet, der mit einer Blackbox-Funktion. Das heißt, Blackbox-Funktionen kennt man letztendlich sogar aus dem Flugzeugbereich. Und Sie sehen es ja, klein und kompakt ist diese Dual-Dashcam. Einmal eine Speicherkarte mit hineingemacht. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich fahre alleine im Jahr um die 30.000 Kilometer alleine Auto. Und es gibt so oft verrückte Autofahrer, die eben einen einfach mal nicht blinken, wenn sie die Spur wechseln. Oder wenn man eben vielleicht auch einfach mal einen Wildwechsel hat. Das sind ja immer wieder solche Situationen. Und wissen Sie, dass solche QHD-Dashcams wirklich auch zugelassen sind? Da haben wir sogar einen Artikel für Sie. Vom Bundesgerichtshof wurden die zugelassen und die BILD hat darüber gerichtet, dass eine Dashcam die Unschuld bewies. Im Kreuz Süßburg-Nord verlässt eine Polofahrerin plötzlich die rechte Spur und streift den Renault des Bottroppers. Doch schon bei der Polizei behauptet die Polofahrerin, Paul Zinn habe seine Spur verlassen und sie gerammt. Zeugen gibt es keine, nur eine sogenannte Dashcam. Der Systemadministrator droht auf seinem Schaden 2.500 Euro sitzen zu bleiben. Sein Rechtsanwalt sagt, ohne Dashcam hätten wir das nicht beweisen können. So, und dann bleibst du mal eben auf dein 2.500 Euro sitzen. Das ist natürlich super ärgerlich. Ja, das hätte man sich ja auch sparen können. Weil ganz ehrlich, was sind denn 93 Euro gegen diese 2.500 Euro? Ich finde das ein absoluter Wahnsinn. Braucht jeder. Wir zeigen Ihnen übrigens noch mal das Urteil vom BGH, vom Bundesgerichtshof. Schauen Sie mal, die Dashcam-Aufnahmen sind zulässige prozessuale Beweismittel. Und das muss man erst mal wissen. Ja, das muss man wirklich erst mal wissen. Und hier jetzt wirklich eine gute Aufnahmequalität. Das ist ja ganz einfach auf dem Auto angebracht. Das ist ja nicht viel. Und gerade durch diese Klebemontage. Und ich sage immer, ohne Momento, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Das ist wirklich so in diesem Falle. Genau, Sie sehen es hier noch mal, Klebemontage. Das bedeutet nicht mehr mit diesen Saugnäpfen. Ganz einfach, gerade eben auch die Dashcam stört nicht im Blick. Sie haben hier alles komplett überwacht. Übrigens gibt es sogar bei dauerhafter Stromversorgung. Das heißt, wenn Sie nachts gerne ein Powerpack zum Beispiel mit hineinstellen, eine Parkwächterfunktion, Mikrofon und Lautsprecher sind gleichzeitig auch mit dabei. Und das Ganze für unter 100 Euro. Unglaublich aber wahr. Wir machen es möglich. Wir machen es möglich mit der Bestellnummer NX 48,20 Euro und der 5,69. Vor allen Dingen das Tolle ist ja, für den Preis bekommen Sie nicht nur eine Kamera, sondern zwei. Und das haben ja die allerwenigsten Kameras. Und dann sind sie normalerweise auch super teuer. Und die ist im brandneuen Katalog und jetzt schon in der Top 10 Show gelandet, beziehungsweise jetzt schon auf Platz Nummer 7. Also Sie sehen es, wir haben hier keine Ladenhüter. Bei uns gibt es die absoluten Bestseller und das für ganz, ganz kleines Geld. Und apropos kleines Geld, wir bleiben auch mal beim Thema Auto. Und wenn man irgendwo mal stehen bleibt und schon mal die Pannenhilfe rufen musste, das kann dann richtig teuer werden. Ja, hätten Sie mal unseren folgenden Platz gehabt. Und Vorhang auf für Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist Gold wert und sollte immer dabei sein, oder? Ja, sollte auf jeden Fall immer dabei sein. So wie es Pflicht ist, einen Kfz-Verbandkasten oder eine Sicherheitswaste oder sogar das Warndreieck im Auto zu haben, gehört für mich sowas inzwischen auch in jedes Auto. Denn da sind Sie einfach bei den zwei heimtückischsten Pannen wirklich komplett unabhängig. Sie müssen nicht mehr auf die gelben Engel oder andere Pannenhilfe wegwarten, sondern Sie bekommen hier ab sofort Ihre Hilfe von ganz allein. Wir sprechen hier von unserer 5 in 1 Starthilfe Powerbank mit Kompressor. Und das sieht man ja auch schon. Also wir haben hier eine sehr, sehr leistungsstarke Powerbank mit 9000 Milliampere Stunden. Sie sehen es einmal hier die Taste gedrückt. Habe ich natürlich gleichzeitig ein helles Arbeitslicht, was natürlich mit heller LED-Beleuchtung ist. Aber auch natürlich die Kapazität, die sehen Sie voll aufgeladen. Und jetzt kann ich eben nicht nur meine 5-Volt-Anschlüsse, also meine USB-Geräte laden oder meine 12-Volt, unsere Kühlbox zum Beispiel, sondern Sie haben ab sofort auch die Möglichkeit, Starthilfe zu geben. Und das für alle Mittelklasse, also bis zu allen Mittelklassewagen. Und diese Klemmen kennen Sie bestimmt von Starthilfe-Kabeln, denn die braucht man ja meistens immer, aber eben auch immer ein zweites Auto. Und das brauchen Sie ab sofort nicht mehr, denn das zweite Auto wird nicht mehr gebraucht. Es gibt ja ganz oft die Situation, wenn man gerade so im Parkhaus steht oder man hat seitwärts eingeparkt und dann startet der Motor nicht. Ja, wie soll denn da ein anderes Auto an einen vorne drankommen? Jetzt sind Sie vollkommen flexibel, vollkommen unabhängig und vor allem für diesen Preis lohnt es sich richtig. Das ist aber noch nicht alles, was wir hier dabei haben, sondern natürlich auch ganz klar kümmern wir uns um Ihren Reifendruck. Und das richtig effektiv und natürlich auch mit einer guten Messbarkeit. Denn wir haben natürlich auch hier nochmal unser Barometer mitverarbeitet. Bis zu 17 Bar können Sie hier erzeugen. Ich mache es einmal kurz an, dass Sie es einmal hören. Wenn Sie jetzt fragen, wo ist denn eigentlich der Schlauch? Der ist hier unten in dieser kleinen Klappe drin, natürlich kompakt verpackt mit noch zusätzlichen Adaptern. Also an alles ist hier einfach für Sie gedacht. Das Ganze hier komfortabel, überall mit hinzunehmen, wo Sie es wollen. Ja, und wenn Sie fragen, was denn die häufigsten Pannen sind, schauen Sie mal hier auf den Artikel. Ein Artikel von der R&V. Die Autobatterie ist meistens die Schwachstelle. Die Batterie ist immer noch Schwachstelle Nummer 1. Ein Ausfall der Starterbatterie ist die häufigste Ursache bei Autopannen, kann ich nur so bestätigen. Mit einem Überbrückungskabel oder einem Powerpack, in Klammern Starterkoffer, kann der Motor meist schnell wieder gestartet werden. Gefahrenquelle, Räder und Reifen zu geringer Luftdruck, kann schnell zu Beschädigungen an Reifen und Felgen führen. Das ist natürlich auch nicht gut. Das heißt, für 56,44 Euro haben Sie den Kompressor plus Powerpack. Das ist natürlich plus Starthilfe. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der Hammer. Ja, das ist eine große Chance. Vor allem ganz viele Autos haben hinten zum Beispiel SUVs zusätzlich eine 12-Volt-Steckdose. Die können Sie einfach nutzen, um das Powerpack jederzeit wieder aufzuladen. Denn sowohl über 230 Volt als aber eben auch über 12 Volt, können Sie Ihr Powerpack jederzeit wieder aufladen und dann ist es sofort einsatzbereit. Noch einmal, sowohl Starthilfe als auch den Kompressor. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich habe auch inzwischen viele verschiedene Tankstellen gesehen. Da zahlt man inzwischen richtig Geld dafür, um Luft aufzutanken. Und wenn nicht, gibt es manchmal noch so diese richtig unförmigen Geräte, wo du eigentlich gar nicht richtig weißt, wie du an deine Reifen drankommen sollst. Hier, ab sofort einfach mitgenommen, hinten den Schlauch rausgeholt, an den Reifen drangesetzt und dann laden Sie eben einfach auf. Das Ganze hier super kompakt, wiegt nicht mehr als 4 Kilo. Und es ist Ihre große Chance, die Sie jetzt hier natürlich einfach mal nutzen dürfen. Ja, nutzen Sie die Chance mit der Bestellnummer ZX3013 und der 5600. Und das ist für 56,44 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Starthilfe, Powerbank und Kompressor. Und das alles jetzt für 56 Euro. Wundert mich gar nicht, dass es das hier auf Platz Nummer 7 geschafft hat. Und unser nächster Platz ist auch ein Highlight. Also wenn man das hat, da kann gar nichts mehr schief gehen. Da ist man für jede Situation ausgestattet. Denn das ist die Steckdose zum Mitnehmen. Glauben Sie nicht, dass das geht? Ich beweise es Ihnen. Hier ist Platz Nummer 6. Das ist unser Bestseller, der schon ganz, ganz stark nachgefragt durch eine Neuheit bei uns. Und jetzt schon auf Platz Nummer 6. Das ist ja der Hammer. Was ist es denn überhaupt? Ja, das ist unser nagelneues Powerpack mit 114.000 Milliampere Stunden beziehungsweise 114 Amperestunden. Und hier haben Sie die Möglichkeit, Elektrogeräte von bis zu 600 Watt zu betreiben. Ganz effektiv überall da, wo Sie es nutzen wollen. Und Sie sehen hier ein sehr schönes Beispiel. Verschiedene Geräte, egal ob 5 Volt, 12 Volt oder 230 Volt, gleichzeitig betreiben überhaupt kein Problem. Ob es der kleine Ventilator ist, ob es vielleicht die Musikanlage ist oder ob es mal Ihr Laptop ist. Das können Sie super flexibel nutzen. Das Ganze wiegt nicht mehr als 4 Kilo. Das heißt, überall natürlich mit hinzunehmen. Und wenn Sie sich gerade mal fragen, was kann man mit 600 Watt alles betreiben? Es gibt Tabellen, wo wirklich Gefrierschränke, Kühlschränke der neuesten Generationen mit drinne stehen. Lampen, Schlagbohrmaschinen, Heckenscheren, das sind alles Möglichkeiten. Das kann ich mit einem Powerpack einfach mal betreiben. Überall den Strom haben, wo ich ihn einfach mal brauche. Das Schöne ist eben auch, Sie haben sieben verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Das bedeutet einmal ganz klar USB, USB Typ C, die neuste Generation. Das ist gerade sehr, sehr wichtig für alle neuen Geräte. Zum Beispiel Smartphones, Huawei, Apple, aber auch Apple Laptops, Macbooks zum Beispiel. Arbeiten zum Beispiel auch mit USB Typ C. Aber was ich ganz wichtig jetzt im Sommer finde, ist die 12 Volt Steckdose. Und ich möchte Ihnen auch erklären, warum. Denn gerade im Sommer ist man ja auch manchmal ein bisschen länger in Einkaufsläden unterwegs. Und bei mir zu Hause zum Beispiel kriege ich nicht alles in einem Laden. Das heißt, ich muss dann zwei, drei Ladenläden anfahren. Ja, aber nun habe ich ja Tiefkühlware oder eben auch einfach mal Kühlschrankware. Aber die will ich ja jetzt nicht im warmen Auto liegen lassen. Was mache ich inzwischen? Ich nehme mir eine Kühlbox mit hinein, schließe hier einmal unsere 12 Volt Stecker an ein Powerpack an und nutze, während mein Auto steht, ganz normal über das Powerpack den Strom. Das Ganze richtig komfortabel. Sie sehen es auch hier, ein großes Display, wo ich alles drauf lesen kann. Natürlich auch noch mal die Kapazität. Wie viel Fülle habe ich jetzt noch mal hier in unseren Powerpack? Was ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil das wissen einige überhaupt nicht. Wie viel nimmt denn mein Gerät überhaupt an Energie? Und das kann ich hier oben ganz genau an dieser Anzeige natürlich auch nachlesen. Und unten habe ich sogar, wie lange kann ich mein Gerät betreiben? Und das Ganze super komfortabel, an alles gedacht und vor allem mit einem Finger überhaupt kein Problem. Kann man einfach mal nach oben nehmen und dann trage ich den Strom überall dorthin, wo ich ihn brauche. Das ist natürlich der Hammer. Also wir haben das gerade gehört, damit kann man auch wirklich mal vernünftig arbeiten. Ob es die Schlagbohrmaschine ist, Gefrierschrank, Laptop, PC, egal was. Natürlich auch perfekt zum Campen. Ja, jetzt geht ja die Zeit los. Immer mehr verreisen jetzt mit dem Auto, mit dem Campingmobil. Nur da ist es eben auch schwierig, dann mal eben irgendwo im Wald Strom zu bekommen. Für zum Beispiel den kleinen Mini-Kühlschrank oder die Kühlbox. Hiermit ist es gar kein Problem mehr. Und das Stromnetz wird ja auch immer, immer anfälliger, instabil. Und dadurch kommt es natürlich auch häufig zu Stromausfällen. Das heißt, wenn einmal Stromausfall ist, sind sie bestens ausgestattet. Also mal für Notfall oder für Hobby, für eben die unschönen Seiten, aber auch für die schönen Seiten, ist das ein toller Begleiter für Tag ein und für Tag aus. Und Sie können ihn überall mit hinnehmen. Das ist ja das Schöne. Also der wiegt weniger als meine Handtasche, ist auch kompakter, praktischer. Und das ist natürlich was Tolles. Vor allem jetzt für 404 Euro. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 800 Euro. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich ein super Preis jetzt hier für 404 Euro. Gehen Sie schnell in die Leitung. Unsere Neuheit und jetzt schon auf Platz Nummer 6. Das lohnt sich hier definitiv zuzugreifen. Ganz schnell und einfach einsatzbereit. Gehen Sie in die Leitung, bestellen Sie die ZX3012 und die 560. Und somit kommen wir zu unserem nächsten Platz. Und ich weiß, das lässt das Herz jedes Mannes höher schlagen. Und ja, wir erfüllen jetzt den Traum vom Fliegen. Nämlich hier ist unser Platz Nummer 5. Unser Bestseller. Habe ich übrigens auch schon ganz häufig in so Parks gesehen, gerade in Berlin. Und wenn einer dann seinen Quattrocopter fliegen lässt, dann steht er meistens nicht alleine. Dann hat man eine Menschentraube um sich herum. Und alle schauen und staunen. Ja, ganz genau. Und hier können Sie Ihren eigenen Traum verwirklichen. Mal selbst Pilot oder Pilotin zu sein. Und das mit einer richtig tollen oder mit einem richtig tollen GPS-Quattrocopter. Faltbar. Der ist hier gerade in diesem wunderschönen Koffer drin. So kommt er sogar zu Ihnen nach Hause. Und ich stelle es Ihnen gerne einmal hin. Und wir schauen mal gemeinsam hinein. Sie sehen schon, richtig toll verarbeitet. Alles schön mitsamt ausgelegt. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Und das ist unser GPS-Quattrocopter. Super komfortabel. Ganz einfach aufzubauen. Einmal ausgeklappt. Dann kann ich das natürlich super mit nutzen. Und dann habe ich hier eine Flugzeit von bis zu 24 Minuten. Und wenn du saßt, wenn du im Park in Berlin warst, die meisten Drohnen fliegen nicht länger als 10 oder 15 Minuten. Also hier ist wirklich nochmal an alles für Sie gedacht. Das Ganze sogar mit schöner, heller LED-Beleuchtung. Und Sie haben hier die Möglichkeit, in eine Reichweite von bis zu 500 Metern hoch zu fliegen. Da kannst du einfach mal selbst Aufnahmen machen. Und ich weiß zum Beispiel, eine Freundin hat jetzt geheiratet. Die hatten sich einen professionellen Videografen geholt mit einer Drohne. Haben für diese Videoaufnahme nur mit dieser einzelnen Drohne 10 Minuten lang 1700 Euro bezahlt. 1700 Euro. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen demnächst ist. Vielleicht heiraten die Kinder oder Enkelkinder. Wollen Sie 1700 Euro bezahlen oder investieren Sie jetzt einmalig unsere 235,32 Euro. Und dann können Sie ein neues Hobby entdecken, weil das ist super einfach zu bedienen. Über die Fernbedienung funktioniert es einmal neu kaligrafiert. Dann ist er sofort einsetzbar. Und vor allem, was ich hier wirklich ganz toll finde, der hat einen verschleißfreien, effizienten Brushless-Motor. Das heißt wirklich einen nahezu geräuschlosen Motor. Wir haben diesen Optical Flow für stabile Flüge. Das bedeutet, in anderthalb Metern Höhe bleibt dieser GPS Quadrocopter automatisch in einer festen Höhe. Sie haben die Funktionen, dass er Ihnen automatisch folgen kann. Er kann Live-Bild und Videoaufnahmen in 4K-UHD-Aufnahmen machen. Also wirklich beste Bildqualität. Das Ganze sogar noch mit ganz verschiedenen Funktionen. Ob das der Kreisflug ist, ob das Personentracking ist oder die Gestensteuerung. Zum Beispiel, wenn Sie so dann demnächst bei Ihrer Kamera machen, startet er automatisch mal mit der Aufnahme. Oder Sie machen so, dann hört er einfach mal auf. Alles wird Ihnen ausführlich in einer großen Bedienungsanleitung sogar erklärt. Und was noch ganz toll ist, Sie laden sich eine kostenlose App einfach aus jedem Playstore einmal herunter. Und dann haben Sie die Möglichkeit, über diese App alles live zu verfolgen. Du kannst sie nämlich hier super schön in die Fernbedienung mit reinmachen. Das kann ich Ihnen mal zeigen. Ich hole Ihnen einmal hier die Fernbedienung raus. Und hier unten hat man die Möglichkeit, einfach eine kleine Handyhalterung herauszuziehen. Da klemmen Sie einfach Ihr Handy hinein und dann haben Sie überall genau die Sicht. Sie sehen es einmal hier eingeschaltet, wird Ihnen sogar hier alles automatisch erklärt. Sie müssen sie einmal kurz synchronisieren vor jedem Flug. Dann ist sie sofort einsatzbereit. Und das für eine Zeit von bis zu 24 Minuten. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr lange Flugzeit. Und ich muss ehrlich sagen, nur Fliegen ist schöner. Und das werden Sie demnächst auch kennenlernen. Vielleicht haben Sie auch ein ganz großes Grundstück. Zum Beispiel meine Schwiegeroma, die macht immer für ihre Freundin Aufnahmen aus dem Garten. Jetzt habe ich mal gesagt, irgendwann werde ich mal unseren GPS Quadrocopter mitbringen. Und werde mal so Live-Videoaufnahmen von diesem gesamten Grundstück zum Beispiel machen. Da musste man früher ganz schön viel Geld zahlen. Man bekommt ja auch ganz neue Perspektiven. Man nimmt ganz anders wieder alles wahr. Es ist so eine Vogelperspektive, die man einfach wieder natürlich auch mit wahrnimmt. Und ich kann Ihnen immer wieder nur eins sagen. Der Traum eines Kindes war schon immer einmal Pilot zu sein. Vielleicht konnten Sie sich Ihren Traum nie erfüllen. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier einfach mal zu machen. Und die Bestellnummer für unseren faltbaren GPS Quadrocopter ist die NX1489 und die 569. Wir kommen hier übrigens von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 600 Euro. Und da gebe ich dir vollkommen recht, solche Quadrocopter sind richtig teuer. Ich weiß, dass meine Schwester das vor drei Jahren ihrem Mann geschenkt hat und die hat 900 Euro dafür auch ausgegeben. Die sind, also normalerweise 235 Euro. Das ist ein Witz. Das ist Wahnsinn, dass wir Ihnen das hier anbieten können. Und vielleicht wollten Sie auch schon lange einmal haben, aber waren immer so ein bisschen abgeschreckt vom Preis. Dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzugreifen. Weil für 235 Euro, der Preis gilt natürlich auch nur jetzt in den nächsten zwei Stunden. Denn nur so lange sind die TV-Sonderpreise gültig. Also es lohnt sich hier definitiv. Lassen Sie den Traum wahr werden, ob Sie es jetzt für sich nutzen oder zum Verschenken ein tolles Geburtstagsgeschenk. Vielleicht für den Ehemann, also das wird definitiv für strahlende Augen sorgen. Und für strahlende Augen und Ohren sorgt auch unser nächster Platz, denn der macht glücklich. Ja, Musik macht glücklich und wie das geht, das verrät Ihnen Platz Nummer 4. Bei uns trifft jetzt Nostalgie auf Moderne. Und auch ich bin noch mit Kassetten groß geworden, aber finde mal heutzutage noch ein Gerät, was Kassetten überhaupt abspielt. Und irgendwie, naja, so eine Kassette ist ja dann doch uncool, die willst du ja auch nicht mit ins Auto nehmen. Man kann das Ganze sogar noch digitalisieren. Ja, das ist ein nagelneues Produkt aus dem nagelneuen Pearl-Katalog. Und jetzt schon auf Platz 4 gelandet, finde ich ja wirklich der absolute Wahnsinn. Sie sehen es, ein ganz klassischer Kassettenspieler, aber der hat eine Raffinesse. Und deswegen kann ich hier wirklich sagen, Retro trifft die Zukunft. Weil genau darum geht es. Einmal die Kassette eingelegt, so, schon zugeklappt. Jetzt sehen Sie es einmal abgespielt, kann ich natürlich hier sofort meine Lieblingskassetten aus der Kindheit einfach mal nutzen. Beziehungsweise gerne auch einfach mal mit abspielen. Das Schöne ist aber, und da gehen wir mal hier drüben auf die Seite, Sie sehen hier so einen kleinen Schieberegler und natürlich auch einen USB-Anschluss. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich war so ein bisschen als Kind, habe ich sehr, sehr gerne Hörspiele gehört. Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, TKKG, die drei Fragezeichen und was nicht alles. Aber inzwischen muss ich ehrlich mal sagen, ich habe mir mal so neue angehört, die haben gar nicht mehr die Originalstimmen. Und das ist für mich als großer Fan von diesen Kinderhörspielen schon so ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe diese alten Kassetten noch zu Hause. Ja, wenn ich auch irgendwann mal Kinder habe, möchte ich denen natürlich auch mal so ein bisschen was aus meiner Vergangenheit präsentieren. Und das können Sie, denn wir haben hier die Möglichkeit, ab sofort Ihre Daten einfach mal zu digitalisieren. Einmal hier den USB-Stick mit hineingesteckt und sofort haben Sie die Möglichkeit, hier über diesen kleinen Schieberegler einzuschalten, ob Sie jetzt zum Beispiel USB hören möchten oder ob Sie von der Kassette aus auf USB digitalisieren wollen. Und das in neuster und bester Technologie, vor allem klein und kompakt, sodass Sie es überall mit hinnehmen können. Und das für 33 Euro, das ist ja der Hammer. Ich kann mich noch an meinen allerersten Walkman erinnern, ja, der Kassettenspieler für unterwegs. Meine Eltern, die haben ein Vermögen dafür ausgegeben. Aber es war natürlich für mich was ganz Besonderes. Und Sie kennen das vielleicht auch noch, diese Kassettenspieler. Und das ist ja nicht nur ein Spieler, sondern auch gleichzeitig noch ein Digitalisierer. Und das ist so cool. Und das für 33 Euro, ich kann Ihnen nur sagen, da werden Erinnerungen wach. Das klingt immer so weit weg, aber solange es gibt Kassetten, also das war so 80er, 90er Jahre. Und ich habe Kassettenspieler schon ewig nicht mehr gesehen. Es gibt ja auch kaum noch irgendwo Läden, wo man die auch kaufen kann. Und wenn, dann sind das eben diese Nostalgie-Schätze, die dann gleich mal 50, 60, 70 Euro kosten. Und dann spielen die nur die Kassette ab. Hier können Sie die sogar digitalisieren. Mit ins Auto nehmen die Kassette oder irgendwie mal zum Beispiel am Computer abhören. Also was Besseres kann Ihnen hier nicht passieren. Jetzt für 33 Euro ist auch mein absoluter Lieblingsplatz. Und wäre ja auch schade, wenn die Kassetten irgendwie verkommen. Deswegen schnell sein lohnt sich für unseren Kassettenspieler, digitalisierer und sogar den Voice-Recorder. Und das mit der Bestellnummer ZX1837 und der 569. Ich kann Ihnen sagen, ich war stolz wie Boller, mein allererster Walkman. Da gab es die natürlich noch nicht mit in-ear, sondern noch die großen Kopfhöhre. Die hat man behütet, wie sonst war es noch beklebt. Aber Kopfhöhre sind ja auch gleich mit dabei. Auch noch mit dabei ist es an alles gedacht. Das ist natürlich ganz fantastisch. Und Musik macht glücklich, vor allen Dingen auch unterwegs. Wenn man dann irgendwie im Garten ist, mal so ein bisschen Musik hören. Apropos Garten, es soll ja dieses Jahr wieder richtig, richtig heiß werden. Eine Geschmacksprobe haben wir schon bekommen. Und viele jammern und stöhnen jetzt schon. Passen Sie auf, wenn auch Sie dazu gehören, dann brauchen Sie jetzt unbedingt unseren Platz Nummer 3. Wir alle wollen den Sommer genießen und das können wir mit unserem fantastischen Luftkühler. Ja, unsere Verdunstungsluftkühler und hier wirklich ein ganz, ganz besonderes Modell. Sie sehen es schon, klein und kompakt, trotzdem flexibel, dass Sie es natürlich überall hinrollen können. Und ganz kurz erklärt, was ist Verdunstungsluftkühlung? Das findet im Inneren des Gerätes statt. Wir haben hier einen integrierten Wassertank, der insgesamt 4 Liter beinhaltet. Und auf Knopfdruck wird dieses Wasser auf einer innen liegenden Wabenstruktur, und dazu drehe ich es Ihnen gerne einmal um, auf Knopfdruck benetzt. Das bedeutet, Wärme wird entzogen, Kälte entsteht und das sind dann so messbare Unterschiede von 3 bis 5 Grad. Gefühlt spricht man aber immer von dieser angenehmen Meeresbrise, die Sie hier natürlich bekommen. Und ein Verdunstungsluftkühler ist die clevere Alternative zu einer Klimaanlage, denn Sie sehen es ohne Montage oder ohne irgendwelche Abluftschläuche zu verlegen. Sie können ihn einfach überall flexibel dort mit hinrollen. Aber was ist das Besondere jetzt hier an unseren Verdunstungsluftkühler? Erstens, er hat einen Ionisator verarbeitet. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber im Sommer gibt es ja oftmals immer wieder so unangenehme Gerüche, die man gerne beseitigen möchte. Das funktioniert hier, denn dieser reichert Anionen an und nimmt diese unangenehmen Gerüche einfach mal mit raus. Unangenehme Gerüche, Bakterienkeime, all das, was man einfach nicht will. Das Tolle ist auch, Sie haben eine großzügige Fernbedienung. Das heißt, Sie können es gerne auch über die Fernbedienung bedenken. Aber wir werden ja immer smarter und wir werden auch immer moderner. Deswegen hat dieses Gerät eine kostenlose App Elysion. Die können Sie sich in jeden App Store runterladen. Und dann haben Sie weltweite Steuerung dieses Gerätes. Das bedeutet zum Beispiel, Sie haben Ihren Verdunstungsluftkühler vielleicht im Schlafzimmer stehen und möchten aber gerade vom Wohnzimmer aus einfach mal sagen, jetzt möchte ich mir einmal meinen Verdunstungsluftkühler einschalten. Dann machen Sie das, ohne dass Sie ins Schlafzimmer laufen, sondern so, dass Sie ihn jetzt über die App ohne Probleme einfach mal bedienen. Das ist wirklich smart, das ist wirklich neumodisch und vor allem, der kann sogar noch mit Ihren Sprachassistenten arbeiten. Das bedeutet entweder Alexa oder Siri oder der Google-Assistent. Einmal eingerichtet, sagen Sie demnächst einfach mal, Alexa, schalte den Verdunstungsluftkühler auf Stufe 2 und sofort schaltet er sich ein. Das Ganze in drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und gerade mal einen Energieverbrauch von 65 Watt. Da sind wir wieder, wie eben am Anfang, an dem Thema Nützliches gegen die Hitze, aber eben auch noch mal ganz klar die cleveren Alternativen zu einer Klimaanlage. Denn so eine herkömmliche Klimaanlage, die kann dann schon mal locker so um die 2000 Watt verbrauchen. Hier haben Sie gerade mal 65 Watt, persönlich für mich fällt das noch nicht mal irgendwie auf der Stromrechnung auf. Hier sieht man noch mal ein schönes Beispiel und vor allem, Sie sparen bis zu 90 Prozent der Energie und ich glaube, das spricht noch mal für sehr, sehr viel. Und gerade auch im Sommer möchte man ja sowieso ein bisschen auch aufs Geld achten, weil ja vielleicht auch noch der nächste Urlaub oder etwas bevorsteht. Und gewissermaßen holt man sich ja mit einem Verdunstungsluftkühler so ein bisschen den Urlaub nach Hause, denn wir sprechen ja von der angenehmen Meeresbrise. Die angenehme Meeresbrise für zu Hause und das brauchen wir jetzt auch, denn die Experten, die berichten ja darüber, dass die 40 Grad Marke immer näher rückt, erreicht die Spanienhitze am nächsten Wochenende Deutschland. Es könnte also zum nächsten Wochenende die erste große Hitzewelle des Jahres geben. Top-Werte um 35 bis 38 Grad wären demnach möglich. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Na ja, 40 Grad, das erinnert mich wirklich an meinen letzten Peru-Urlaub, aber irgendwie Deutschland. Ja, aber wir müssen es uns ja hier jetzt so schön wie möglich machen und das macht man eben mit so einem Verdunstungsluftkühler. Die angenehme Meeresbrise für zu Hause, flexibel. Ja, Sie können das Ganze bequem per App steuern. Das Ganze ist auf Rollen, wenig Stromverbrauch bis fast gar nicht. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Und absoluter Wahnsinn, da bin ich auch bei der Überleitung zu unserem nächsten Platz, weil wenn Sie Wahnsinnsaufnahmen machen wollen, entweder von zu Hause oder von Ihrem Urlaub. Und damit meine ich jetzt nicht mit Ihrem Handy, sondern mit einer richtigen Profikamera, dann brauchen Sie jetzt unbedingt unseren Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist für mich so die perfekte Kombination aus Spiegelreflexkamera, die aber sehr, sehr schwer ist und Handy, was meistens nicht so gute Aufnahmen macht oder verwackelt. Hier ist die Lösung. Ja, hier ist eine richtige Lösung, denn das ist unser 4K-UHD-Camcorder mit Panasonic-Sensor. Und wenn Sie das jetzt gerade gehört haben, Panasonic, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, das ist eine Marke, die ist dafür bekannt, hochwertige Linsen oder eben auch Objektive einfach mal herzustellen. Und genau das haben Sie jetzt auch hier in unseren 4K-UHD-Camcorder. Der filmt hochauflösend in dieser 4K-UHD-Qualität 2160 mal 1240. Das Ganze nimmt sogar Fotos auf mit 30 Megapixel-Aufnahme. Sie haben ein großes Farb-LCD-Display mit Touch-Bedienung. Und wenn Sie jetzt fragen, der muss ja riesengroß sein. Nein, die Möglichkeit, ihn mit einer einfachen Hand zu bedienen, ist hier gegeben. Denn der liegt richtig schön kompakt in Ihrer Hand. Sie haben auch so eine kleine Trageschlaufe mit dabei, wo Sie ihn natürlich super flexibel und eben auch überall mit einsetzen können, wo Sie ihn brauchen. Sie machen einmal das Display auf und sofort schaltet sich die Kamera an, beziehungsweise startet natürlich auch sofort die Möglichkeit, hier für Sie das Ganze auch mit zu nutzen. Einen großen Bildschirm, der nochmal alles für Sie ganz genau mit anzeigt, beziehungsweise wo Sie natürlich auch nochmal diese volle Kontrolle auch nochmal mit haben, alles zu überprüfen oder alles zu schauen. Und was ist das Besondere jetzt an Ihnen? Erstens, es ist ein ultra kompaktes Leichtgewicht. Das bedeutet, er ist super leicht und flexibel, wiegt nicht mehr als 330 Gramm. Das muss man sich mal vorstellen. So ein hochwertiger Camcorder. Hier vorne mit diesem Panasonic-Sensor. Das bedeutet nochmal gestochen scharfe Bildqualität. Das zusätzliche, was Sie aber hier noch mitbekommen, ist, Sie haben die Möglichkeit, eine kostenlose App herunterzulagen. Plus gleichzeitig bekommen Sie im Lieferumfang eine kleine Fernbedienung. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber gerade bei so richtig schönen Momenten, Hochzeiten, Jugendwein, Konformationen, vielleicht aber auch Schulanführungen und die stehen ja wirklich jetzt in der nächsten Zeit wieder bevor, da wünscht man sich doch so ein bisschen tolle Aufnahmen, Erinnerungen. Das sind doch alles Erinnerungen, die möchte ich für die nächsten Jahre speichern. Das können Sie, aber ohne, dass Sie die ganze Zeit herumlaufen müssen. Denn erstens, sehen Sie es hier unten, wir haben hier unten ein kleines Rad oder eine kleine Buchse. Da können Sie ein Stativ anbringen. Einfach hier reingedreht und dann stellen Sie es auf. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, entweder per App oder eben per Fernbedienung Ihren Camcorder von der Ferne aus zu steuern. Das heißt, endlich mal auf Aufnahmen selbst mit dabei sein. Oder vielleicht eben auch einfach mal sagen, ich wünsche mir so gerne, dass ich die Jugendweihe meiner Tochter, die Schulanführung meiner Enkelin komplett mit filmen kann. Wir sind ja momentan in so einer Zeit, da weiß man ja gar nicht, wie viele Personen zugelassen sind. Dann können Sie das jetzt hier richtig komfortabel, aber ohne, dass Sie es die ganze Zeit halten müssen. Und wenn dann irgendwann mal vielleicht die Kinder nicht mehr dran sind, dann machen Sie kurz Stopp. Und dann, wenn Ihre Enkelin Ihre Zuckertüte bekommt, dann drücken Sie wieder auf Rekorde und dann nimmt die sofort auf. Nochmal, neueste Technologie, Panasonic-Sensor für Sie verarbeitet. Und das Ganze super als kompaktes Leichtgewicht, 330 Gramm. Und das für 141 Euro, das ist der Hammer. Die Welt hat kürzlich darüber berichtet, über Fotokameras. Im Vergleich zu Smartphones und Fotokameras bescheinigt die Stiftung Warentest Camcorder die beste Qualität. Und Camcorder mit Ultra-HD-Auflösung kosten ungefähr das Doppelte zwischen 1000 und 1300 Euro. Und jetzt schauen Sie mal bitte auf unseren Preis. Das ist 141 Euro mit einem Panasonic-Sensor und nicht in Ultra-HD-Auflösung, sondern in 4K-Auflösung. Das ist der Hammer. Das ist ein Knaller für den Preis. Aber ich möchte fast mal behaupten, Preis-Leistungs-Verhältnis ist unmöglich unschlagbar. Also ich vergleiche da ja auch ab und zu. Für mich ist das wirklich ein wahnsinns Preis-Leistungs-Verhältnis. Und es wundert mich gar nicht, dass das der Platz Nummer 2 ist. Und somit kommen wir zum Sieger. Und wenn wir schon im Urlaub sind und gute Aufnahmen machen, dann wollen wir uns ja natürlich auch mit den Einheimischen verständigen. Nur ich weiß ja nicht, wie sieht es bei Ihnen aus? Sprechen Sie 105 Sprachen? Nicht? Unser Platz Nummer 1, der kann das schon. Das ist ja übrigens auch Russisch, das ist auch die Muttersprache von Diana, aber noch viel, viel mehr Sprachen kann ja sprechen. Ja, unser absolutes Trendprodukt. Unverdient auf Platz 1 gelandet, kann ich Ihnen wirklich einfach nur so sagen. Denn das ist er, unser mobiler Echtzeitsprachübersetzer. Und Anna hat es eben schon gesagt, 105 verschiedene Sprachen im Online-Modus. Und ich hole ihn jetzt einmal hier aus diesem hochwertigen Kartonhaus. So kommt er übrigens dann natürlich auch zu Ihnen nach Hause, dass Sie ihn richtig schön auch mit benutzen können. Sie haben ein großes, und das sehen Sie gerade, IPS-Touch-Display mit einer Größe von 66 x 33 Millimetern. Sie haben in der WLAN-Online-Übersetzung 105 verschiedene Sprachen. Wo man eben einfach sich mal helfen lassen kann. Und es ist natürlich auch so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder wie es dir geht. Anna, hast du so ein bisschen Lagerkoller? Wünschst du dir Urlaub? Unbedingt. Aber dein Lieblingsdomizil ist ja eben momentan nicht so richtig möglich, ne? Nee, leider nicht. Also brauchst du so gesagt ein neues Domizil. Aber da hat man dann ja meistens immer so ein bisschen Hemmungen. Oh, ich spreche die Sprache nicht. Oder ich habe generell vielleicht kein Englisch in der Schule gelernt, habe Russisch noch gelernt. Oder ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Aber man hat ja meistens dann immer so ein bisschen seine Hemmungen. Auch so ein bisschen seine Ängste auf einer gewissen Art und Weise. Und das ist jetzt Ihr Hemmungsnehmer oder Ihr Angstnehmer. Denn Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, in 105 verschiedene Sprachen zu übersetzen. Sie sehen schon, großes Display. Perfekt natürlich, um auch hier verschiedene Sprachen mit anzuwenden. Wir können ja hier einfach mal auf die Liste gehen. Da sehen Sie schon die verschiedenen arabischen Töne. Dann haben wir Bengalesisch, wir haben Bulgarisch, wir haben Dänisch, wir haben Deutsch. Und das kann ich jetzt alles einfach mal hier nutzen. Ich stelle es einmal gerne kurz auf Dänisch ein. Dann sehen Sie es. Jetzt können wir zum Beispiel einfach mal Dänisch lernen. Vielleicht wollten Sie schon immer mal nach Dänemark. Das ist dieses Jahr ein ganz, ganz beliebtes Reiseziel, Dänemark. Ja. Steht ganz hoch oben bei vielen Deutschen. Dann fragen wir doch einfach mal, was ich möchte einen Wein heißt, oder Anne? Bin ich dabei. Dann bist du dabei, sehen Sie. Ich nehme auch gerne zwei. Ab sofort brauche ich nur eine Taste, nehme ich drücken. Einfachste Bedienung hier für Sie. Die obere Taste ist immer die Sprache, die ich spreche. Die untere Sprache ist die Taste, wenn mir ein Gegenüber antworten möchte. Und das machen wir jetzt einmal. Ich hätte gerne einen Wein. Jetzt analysiert er das, was ich hier gesagt habe. Ich habe gerne Herrn Wien. Bitte nochmal. Ich mache es noch einmal, ich wiederhole es noch einmal. Ich habe gerne Herrn Wien. Ich habe gerne Herrn Wien. Schauen Sie mal. So einfach kann man Dänische lernen, beziehungsweise so einfach können Sie Dänisch sprechen. Das ist aber noch nicht das Einzige, was an diesen Sprachübersetzer besonders ist, sondern Sie haben, und Sie sehen es hier schon auf der Rückseite, eine 5 Megapixel Kamera verarbeitet. Nun kann es natürlich sein, gerade wenn Sie Urlaub machen wollen, dass Sie ganz, ganz viele Hygienevorschriften oder Regeln finden. Aber eben vielleicht nicht in Deutsch, nicht auf Englisch, sondern in der Heimatsprache, wie vielleicht eben zum Beispiel auch mal hier diese griechischen Regeln. Das kann auch bei Ihnen im Urlaub auf Sie warten. So, können Sie da irgendwas drauf lesen? Also ich kann kein Griechisch. Ja, das kann ich erkennen. Das Einzige, was ich auf Griechisch kenne, ist mein Essen, was ich mir gerne mal beim Griechen bestelle. Aber dann hört es auch schon auf. Und Ihre große Chance ist es jetzt aber hier mit dem Sprachübersetzer alles hier zu übersetzen. Glauben Sie nicht, dass das funktioniert? Ich zeige es Ihnen. Wir gehen einmal kurz komplett wieder ins Startmenü. Wenn ich das einmal habe, gehe ich einmal hier unten zurück und drücke jetzt hier unten auf die Fotoübersetzung. Und ich habe das jetzt schon einmal vorbereitet von Griechisch auf Deutsch. Und jetzt muss ich nur noch eins machen. Ich nehme meinen Sprachübersetzer, suche mir eine Zeile heraus, die ich übersetzen möchte, drücke dann einmal die Fokusfunktion, dass er sich automatisch fokussiert, analysiere jetzt. Und jetzt schauen Sie mal hier, das ist wie so ein kleiner Scanner, der gerade bei Ihnen zu Hause vielleicht auch, wenn Sie mal Dokumente eingescannt haben. Und jetzt haben wir sofort unseren Text. Sofort steht alles jetzt hier für Sie da. Und jetzt lese ich es Ihnen nicht vor, sondern wir hören es uns erst einmal in Griechisch an. Haben Sie verstanden, oder? Das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Sollen wir mal gucken, was das jetzt hier heißt? Jamas heißt doch Prost, oder? Ja, können wir gucken mal. Ich drücke hier einmal. Wir waschen unsere Hände oft ungründlich mit Wasser und Seife oder Alkohol. Ja, oder einer alkoholischen Lösung. Ganz einfach und klar wird es hier formuliert. Und vor allem das Schöne ist, das ist unser Platz 1. Das ist ein Bestseller. In wenigen Tagen wieder für Sie da. Ihr absoluter Favorit. Und ich muss echt sagen, wer sich den nicht sichert, ist selber schuld. Weil das ist so ein Urlaubsbegleiter. Da möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Ob es mal in Notfallsituationen ist, wo ist die nächste Apotheke? Sie sind vielleicht allergisch auf irgendwas. Dann kann man natürlich hier mit diesen Sprachübersetzer sich genau weiterhelfen lassen. Oder eben auch mal hier so verschiedene Schilder. Das kann unser Sprachübersetzer alles ganz intensiv. Sie haben keine Sprachbarrieren mehr, denn sie sind absolut in der positiven Stimmung. Und die will man doch im Urlaub auf keinen Fall missen. Ganz im Gegenteil. Das ist zu Recht unser Platz Nummer 1. Das ist der Wahnsinn. 105 Sprachen. Und nicht allein nur die Sprachen sprechen. Sogar hier auch mal Schilder übersetzen lassen. Ich finde, das gehört in jedes Reisegepäck. Wie die Notapotheke, wie der Bikini, wie die Sonnenmilch. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Und das Schöne ist, Sie lernen unbewusst nicht nur Menschen und Land kennen. Sondern Sie lernen vielleicht auch noch die Sprache kennen. Sie sprechen dann vielleicht auch so ein paar Sätze. Weil Sie das ganz unbewusst gelernt haben. Wie cool ist das denn? Also das ist ein absoluter Gewinn. Ich kann nur sagen, gehen Sie schnell ins Telefon. Unser Bestseller, mehrfach ausverkauft. Aber auch unsere anderen Plätze. Absolute Highlights, die Sie jetzt bestellen können. Viel Spaß. Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Spaß. Vielen Dank.